Yo, moin moin Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 14 L Real Reborn und ja, es ist einfach mal so ein spontan Let's Play kann man sagen, für die Leute die ja, gerne das hier mal schauen wollen ja, herzlich willkommen oh, da haben wir jetzt unseren Auftrag da müssen wir hin und, äh, ja, wie kann ich das jetzt markieren hier ok, da sind wir wir müssen total überkreuzt, ok hä, warte mal eh, warte mal irgendwie wieder was für ein anderes aus so ja, wir müssen also runter ok ja, schaut uns den ersten Part mal an ja, falls ihr jetzt nicht Bescheid wisst, die so ja momentan erstmal ein neues Projekt was ich so lange nichts habe also jetzt an MMO sonst kann ich auch Klaterra spielen oder so naja, ich wollte jetzt mal gucken, wie es so ankommt ob er ein oder andere mal so sehen will irgendwann in nächst äh äh, warte mal äh, warte mal, Inventar-Charakter Karte ah, da da müssen wir hin äh, äh da können wir also raus aus dieser Map ja, da müssen wir hin äh äh hm MMOs die Gilder einsam, weil sie dir fallen gelassen also, ok MMOs ach, die sammeln wir wieder ein für manche Aufträge musst du mit Objekten interagieren dazu näherst du dich und ja, das kennt man ja auch von anderen MMOs so interagieren einfach mal aufsammeln ganz easy peasy Cash of a Money Day sag ich auch dazu äh nein, nicht das hier ja so sprengen wir mal wieder mit der wir haben das ja jetzt geklärt sie hat jetzt wieder ihre ganzen Sachen zwar sie ist ein bisschen aufgebracht aber mein Gott die haben dann schließlich hier ihre Kohle wieder zurück ich weiß jetzt nicht, wie sie das jetzt gemacht hat dass sie einfach so die Kohle verloren hat aber ok ja Auftrag abgeschlossen warte nochmal das war richtig schwer freie Wandfläche hier nee, das ist ja was anderes oh oh wen haben wir denn hier wir müssen jetzt mal so Abholaufträge machen und nebenbei so ein bisschen einen auf Kurier machen und so ein Kram du 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 Nein, Z. Wow ey, die überholfen uns hier, hier gerade mit Quests und so, naja gut, dann nehmen wir sonst mal an, mein Gott, warte mal, der Weg des Gladiators, ja, gehen wir mal hin, so, äh, das sind eigentlich nur die ganzen Wanddinger, ähm, aha, lol, Franz Poster, na, wenn das hilft, so, so, die schädeln wir, dann gehen wir mal wieder zurück, oder? da, glücklich glücklich sagt er, mhm, So, weiteren Quest erfüllt und wir sind jetzt aufgestiegen mit Stufe 2. Jetzt haben wir den Kommando, ähm, Schutzwahl. Das werden wir alles noch testen. Oh, hier, hier. Gamemeisterin. Die hier alle jetzt trainieren und so. Sprechen wir mal mit der an. Oh. 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 Das war's für heute. Bist du bereit, dich der Schwertkunst zu wippnen? Ja. Ah ja, jetzt müssen wir Monster hier besiegen. So sieht das also aus. Jetzt mal ein paar Monsters wegsmashen. Na eigentlich, mal Aufträge nach meinem Geschmack, wo wir mal richtig smaschen können. So. Da sind ja schon andere Quests angezeigt, die wir hingehen können. Da hinten sieht man ja überall diese ganzen leuchtenden Missionen und so weiteres, die man da sieht. Da, 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 da. Ja. Was ist das? Die haben echt immer richtig viel zu erzählen, oder? Die haben echt immer richtig viel zu erzählen. Die haben echt immer richtig viel zu erzählen.